So Leute, die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen werden, ist, wird Bitcoin und Krypto dieses Jahr noch einmal richtig stark pumpen? Denn in den letzten Monaten, als Bitcoin seitwärts gelaufen ist und wir richtig große Unentschlossenheit in den Kryptomärkten gesehen haben, da wurde immer wieder vorhergesagt, dass es doch noch einmal aufwärts gehen wird mit Bitcoin, mit Ethereum und Kryptowährungen im Allgemeinen und zwar im vierten Quartal also von morgen bis zum Ende des Jahres. Im heutigen Video werde ich darüber sprechen, wie wahrscheinlich das Ganze ist und einige der am häufigsten verwendeten Modelle, auf die sich die Leute beziehen, wenn sie diese Art von Vorhersage machen. Ich werde euch auch die Argumentation eines bekannten Analysten mitteilen, warum er glaubt, dass Ethereum in den Marktzyklus einen Preis von sage und schreibe 20.000 Dollar erreichen wird. Bevor ich jetzt allerdings damit anfange, solltet ihr am besten mal den Kanal abonnieren und auch die Glocke aktivieren, damit ihr keine wichtigen Videos mehr wie diese oder auch andere auf dem Kanal verpassen werdet. Was ihr auch auf gar keinen Fall verpassen solltet, das ist unser wöchentliches 100 Dollar USD-Tether Gewinnspiel. Wie man bei dem Gewinnspiel mitmachen kann, das erfahrt ihr im Laufe des Videos, deswegen schaut euch auf jeden Fall das Video bis zum Ende an und wenn ihr den Kanal unterstützen möchtet, freue ich mich wie immer tierisch darüber, wenn ihr dem Video ein Like gebt, wenn ihr kommentiert und das Video mit euren Freunden teilt. Okay, dann lasst uns mal mit einem Blick auf das Dock-to-Flo-Model beginnen, da das eins der am häufigsten verwendeten Modelle ist, um das langfristige Wachstum von Bitcoin vorherzusagen. Die meisten von euch sind wahrscheinlich schon damit vertraut, aber falls nicht, dieses Modell wurde entwickelt, um die Rate zu berücksichtigen, mit der Bitcoin durch Mining erzeugt werden und vergleicht das Ganze mit der bereits vorhandenen Menge. Diese Art von Modell wird auch für Rohstoffe wie Gold, Silber und Platin verwendet. Diese Linie ist der prognostizierte Preis und diese Punkte sind der tatsächliche Preis von Bitcoin, wobei die Farbe die Zeitspanne bis zum nächsten Halving angibt. Wie wir jetzt hier sehen können, liegt der Bitcoin-Preis derzeit unter dem vorhergesagten Wert von etwa 79.000 Dollar. In der Vergangenheit hat es jedoch auch viele Fälle gegeben, in denen Bitcoin von dem Modell abgewichen ist, nur um dann später wieder zu ihm zurückzukehren. Sollte Bitcoin bis zum Ende des Jahres wieder auf den modellierten Preis zurückkehren, dann würde er einen Preis von etwa 80.000 Dollar erreichen, was tatsächlich weniger ist, als das, was viele Leute vorhersagen. Einer der beliebtesten Gründe, warum Bitcoin eine große Rallye erleben sollte, sind die Ähnlichkeiten von diesem Zyklus mit dem 2013er Zyklus. Wenn wir einen Blick auf das Modell 2013 werfen, können wir sehen, dass es einen anfänglichen Anstieg gab, der Mitte April seinen Höhepunkt erreichte, bevor es dann zu einem Einbruch und einer Abkühlung kam, die dann zu einer noch größeren Rallye geführt hat, die im November endete mit einem Preis, der mehr als das Fünffache des Höchststands im April betrug. Wenn wir zum aktuellen Zyklus zurückkehren, können wir feststellen, dass es im Frühjahr einen ähnlichen, wenn auch nicht ganz so dramatischen Höhepunkt gegeben hat und seither gab es auch einen Einbruch und eine Abkühlung. Sollte sich das 2013 Muster wiederholen, dann würde Bitcoin in den nächsten Wochen sein Aufwärtstrend beginnen. Wir werden gleich auch noch ein bisschen mehr über das 2013er Modell sprechen, doch bevor wir das machen, habe ich noch eine kleine Ansage von unserem heutigen Videosponsor Skillshare, ein Online-Lerngemeinschaft mit tausenden von interessanten Kursen, die man sich aussuchen kann. Es gibt Kurse für jedes Skill-Level und man kann die Kurse nutzen, um nützliche Fähigkeiten zu erwerben, mehr über Sachen zu lernen, die einen ohnehin interessieren oder auch einfach aus Spaß. Einige der Vorteile von Skillshare sind, dass es keine Werbung gibt und immer wieder neue Premium-Kurse angeboten werden. Zusammen mit vorher aufgenommenen Kursen gibt es auch Live-Kurse von Skillshare, wo ihr euch Echtzeit mit Instruktoren und anderen Mitgliedern verbinden und austauschen könnt. Ein Kurs, den ich mir letztens angeschaut habe, war wie man mit Premiere Pro beginnt und als Anfänger ein How-To-Video editieren kann, vom Lehrer Helis Narves. Ich finde es auch immer wichtig, Fähigkeiten zu verbessern, die man täglich gebrauchen kann und Video-Editing ist definitiv was für mich. Falls ihr das Ganze ausprobieren wollt, die ersten 1000 Abonnenten, die sich über den Link hier unten in der Videobeschreibung anmelden, die bekommen einen ganzen Monat gratis Zugang zu den Kursen und können das Ganze ausprobieren. Okay, und um jetzt noch einmal zu Bitcoin zurückzukommen, viele Leute vergleichen gerne die verschiedenen Zyklen, die wir durchlebt haben miteinander, insbesondere diesen Zyklus mit dem Zyklus von 2013. Wenn wir uns die Chart mal genauer anschauen, ist eines der ersten Dinge, die auffallen, dass Bitcoin sowohl 2013 als auch 2017 einen sehr spitzensteilen Höhepunkt erreicht haben und das ist jetzt auch einer der Gründe, warum die Leute eine weitere große Rallye in diesem Quartal erwarten, einfach weil es das ist, was wir in der Vergangenheit immer gesehen haben. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass die allgemeinen Marktbedingungen in diesem Zyklus ganz anders sind als in den anderen Jahren wie 2017 oder auch 2013, einfach weil wir den Pandemie-Crash gehabt haben und der wurde gefolgt von noch mehr Gelddrucken als wir jemals zuvor gesehen haben. Es gibt also natürlich keine Garantie, dass das gleiche Szenario in den nächsten Monaten abspielen wird. Bitcoin ist auch nicht der einzige Coin, bei der die Leute das aktuelle Preisverhalten mit den früheren Zyklen vergleichen. Ein Beispiel ist der bekannte Analyst Michael van der Poppe, der mehr als 400.000 Follower auf Twitter hat und der glaubt, dass Ethereum das Muster von 2017 wiederholen wird, nur dass es diesmal auf sage und schreibe 20.000 Dollar pro Coin steigen wird. Wie wir jetzt auf seinem Chart sehen können, hat Ethereum im Jahr 2017 eine große Korrektur von knapp 50% gesehen, bevor es in einem immer enger werdenden Bereich konsolidierte. Danach hat Ethereum seinen großen Schub zum Alltime High und zwar in der ersten Januarwoche, kurz nachdem Bitcoin seinen Höhepunkt erreicht hatte. Nachdem er sich dieses Muster angesehen hat, glaubt van de Poppe, dass sich dasselbe jetzt auch abspielt, wie er hier in diesem Chart zeigt. Im Jahr 2017 verzeichnete Ethereum einen etwa 10-fachen Anstieg von dem Tiefständen der Korrektur. Indem er also das als Ansatz für seine Hochrechnung nimmt, kommt er auf seinen Allzeithochwert von 20.000 Dollar. Interessanterweise sind 20.000 Dollar jetzt auch das ungefähre Ziel für Ethereum, laut Raoul Pal, einer ehemaligen Führungskraft von Goldman Sachs. Ich habe seine Theorie zur Erreichung des Kursziels schon einmal vorgestellt, aber die grundlegende Zusammenfassung ist, dass er glaubt, dass Ethereum in diesem Zyklus das tun wird, was Bitcoin im letzten Zyklus getan hat, also einen Höchststand von 20.000 Dollar erreichen. Er berücksichtigt dabei auch den Netzwerkeffekt der Ethereum Chain und die Zahl der neuen Nutzer, die hinzukommen. In einem Interview Anfang September behauptete Pal außerdem, dass der Kauf von Ethereum der beste Trade sei und zwar aufgrund der soliden Fundamentaldaten, die durch EIP 1559 verbessert wurden und mit Ethereum 2.9 noch weiter verbessert werden. Ein weiterer Grund, warum einige Leute optimistisch für eine Krypto-Rallye im vierten Quartal sind, ist die Erwartung, dass ein Bitcoin-ETF in den USA irgendwann im Laufe des Quartals genehmigt wird. Und in den letzten Tagen gab es tatsächlich einige Nachrichten, die diese Idee unterstützen könnten. Wie ich bereits in früheren Videos über potenzielle Bitcoin-ETFs erklärt habe, wäre ein Bitcoin-ETF auf eine Riesensache, weil der Bitcoin von etwas, das für viele Menschen, die damit nicht vertraut sind, technologisch einschüchternd sein kann und würde es zu einem der beliebtesten Anlageinstrumente in den USA und auf der ganzen Welt machen. Derzeit werden in den Vereinigten Staaten Assets im Wert von rund 5,4 Billionen Dollar in ETFs gehalten. Die Forderung nach einem Bitcoin-ETF wird jetzt schon seit langem erhoben und mehrere wurden auch bereits schon abgelehnt. Derzeit werden jedoch rund 20 ETF-Anträge von der SEC geprüft und Gary Gensler, also der Vorsitzende der SEC, hat gestern eine Erklärung abgegeben, in der er gesagt hat, dass er einen Bitcoin-ETF befürwortet, solange er in eine bestimmte Kategorie fällt. Die Kategorie, die er befürwortet, ist ein Bitcoin-ETF, der in Bitcoin-Futures und nicht in Kryptowährungen selbst investiert. Genauer gesagt, erwähnt er Bitcoin-ETFs, die mit Futures an der Chicago Mercantile Exchange handeln und unter dem Investment Company Act von 1940 eingereicht werden, der, wie er selber sagt, eine bedeutende Anlegerschutz bietet und dass er sich darauf freuen würde, ETFs in dieser Kategorie zu prüfen. Es gibt natürlich keine Garantie dafür, dass einer der untersuchten ETFs oder andere, die demnächst eingereicht werden, genehmigt werden, aber es wäre schon seltsam, wenn Gensler so spezifische Leitlinien aufstellen und sich dafür aussprechen würde, nur um dann einen ETF abzulehnen, der diese Bedingungen erfüllt. Es ist auch erwähnenswert, dass es Anträge für Ethereum-ETFs und Ethereum-Future-ETFs gibt, die derzeit geprüft werden. Wenn also ein Bitcoin-ETF genehmigt werden sollte, dann würde das vielleicht auch die Chancen erhöhen, dass auch ein Ethereum-ETF ebenfalls genehmigt wird. Wenn wir einen Blick auf diese Tabelle werfen, dann sehen wir die monatlichen Renditen von Bitcoin seit 2013, wobei Quartal 4 diese drei Spalten hier ganz rechts abbilden. Ich meine, hier sind jetzt auch ein paar rote Monate überall verstreut, aber bei weitem die Mehrheit, die man sehen kann, war grün, wobei Oktober und November sogar im Durchschnitt die mit der höchsten Performance gewesen sind. Okay, und jetzt wo ihr das alles gehört habt, würde ich gerne einmal von euch wissen, was ihr denkt, was bis zum Jahresende passieren wird, ob wir eine Rally erleben werden oder ob wir nach unten sinken. Schreibt mir die Antwort einfach unten in die Kommentare und wenn ihr eurem Kommentar dann auch noch eure Binance Smart Chain Adresse hinzufügt, nehmt ihr automatisch an unserem Gewinnspiel teil. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten, falls euch das Video gefallen hat. Gerne einen Like da lassen, das Video mit euren Freunden teilen und wir sehen uns dann im nächsten Video.